Super. So, damit ist Welt 6 auch komplett abgeschlossen. Wenn mich das jetzt nicht täuscht. Okay, tatsächlich. Noch ein Brief? Nein, doch. Für den Baby-Luma. Achso. Okay. Das ist ein Brief von Rosalina. Und 50 Sternteile. Aber die haben sich doch schon wieder gesehen. Was will die denn jetzt? Naja, okay. Gut. Weltenkarte einmal. Wie man sieht, ist auch jetzt eine Krone. Wir haben alle 6 Welten abgeschlossen. Und jetzt kommt Welt S, wo die schwierigsten Level warten. Okay, wir fangen mit einem 8-Bit-Mario-Planeten, den wir eigentlich schon in Mario Galaxy 1 mal gesehen haben. Was für eine Überraschung. Das sind wir ganz nach der berüchtigten legendären Welt aus, die als Versteuerung galt. Und hier gibt es wohl noch weitere versteckte Power-Steine. Also, dann begeben wir uns auf die Suche Steuermann. Ja, doch. Okay, brauche ich 75. Das habe ich aber, äh, trotzdem ist das Minimum, dass ich eins kicken muss. 2000, so viel habe ich nicht mal. Oh, ja. Okay, also Pixel Mario Galaxy. Klitzekleines Klempner-Problem. So, so. Okay, wir müssen wohl alle Blöcke aktivieren, weil Marios Haut in 8-Bit-Form-Bayern, nein, ich würde es nicht sagen. So, auf jeden Fall war sie nicht blau, gelb war sie zwar auch nicht. Okay, jetzt schaucht er auf. Die Mission hatten wir ja auch schon mal im ersten Teil von Mario Galaxy. Da muss ich hin. So, mir wäre es lieb, wenn dieses Ding da weg wäre, damit ich schon mal sehen kann, wo ich hinspringen kann. So, das wollte ich nicht, aber okay. So, also ihr seht, diese grünen Plattformen sind halt so verschwindende. Deswegen muss man ja sehr vorsichtig sein, was man hier überhaupt macht. Ich will keine Stampfattacke die ganze Zeit noch machen. Und dann, vor allem verschwinden da immer zwei Blöcke, wo ich mal um einen, auf einen ziele, so. So, schau, was man hier da rüber. Äh. Moment. Das haben wir gleich. Ähm. Ich muss erst eine andere Plattform berühren, damit ich, Moment, was, kriege ich die jetzt wieder hin. Jetzt. So. Okay. Geh bitte. Okay, nice. Ach, jetzt habe ich wen, gleich ein Fehler gemacht von vorher. So, dann mal hier rüber. Das Ding holen. Äh. Falsch gesund. So, da muss ich ja jetzt nicht mehr hin. Ähm, okay. Dann gehen wir einmal hier lang. Probieren hier einmal alles. Zack. Ah, das ist so ein Teil. Ich würde schon sagen, das war schon fast zu einfach eigentlich, ein bisschen. Aber ein bisschen wollen sie mich natürlich doch noch kriegen. Oh, fuck. Ey, dieses Laser-Ding, das ist echt penetrant. Oh, man. Oh, man. Okay, der dreht sich, deswegen muss ich mich übereilen. Nein, ich dachte, ich dachte, bis dahin reicht der nicht. Oh, wir hatten es fast, ne? Also wir haben fast das leider geschafft, aber nö. So, was wir mal von vorne machen, ist das nicht toll? Okay, das ist natürlich großes Pech. Okay, das ist toll. Yes. Okay. Das war zu gut. Wir müssen gleich auf diesen Laser-Mann aufpassen. Weil er schon echt ein Arsch ist. Geh weg! Okay. Bis irgendwann kommt der nicht mehr, oder? Hoppala. So, und schnell weiter. Kein Problem, dann kommt es zurück. Irgendwie stelle ich mich ja hundertmal besser an gerade, als eben. Weil ich mich nicht ein einziges Mal treffen lasse. Mann, mach doch nicht mal den Sprung. Den Sprung. Ja, viel besser. So, und dann müssen wir noch die hier akulieren. Und am Ende müssen wir wieder zurück. Das ist ja noch der letzte Trick an der Sache. Tada, da sponnt das Ding. Okay, jetzt hat er ein grünes Gesicht. Ist auch nicht viel besser. Äh, ja, dankeschön. Dass man gar keine Reaktionszeit mehr hat. So, kommt das her. Und der springt einfach ins Nichts. So, und der Rest sollte sich eigentlich von selber ergeben hier. Weil ich habe mir noch sehr viele Bodenplattformen übrig gelassen. Äh. Nein, nein, oh Gott. Das wäre sehr ärgerlich gekommen, wenn der jetzt noch da reingefallen wäre. Weil ich will mal den Vorwärtsprung machen und der macht die ganze Zeit einen Backflip. Oh, ich check das nicht. Cool. Oh, schöner Hintergrund. So, dann ist die Mission geschafft. Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass die Mission nochmal schwieriger kommen wird. In irgendeiner Form auf Zeit oder auf kein einziges Lebensding verlieren oder sowas. Wird sich noch zeigen. Oh, fängt direkt an. Okay, super. Wir können direkt ran. Wenn ich mir schon diese Frage stelle. Wieso beantworten wir sie nicht gleich gemeinsam? Okay, also. Komm mit. Also entweder auf Zeit. Oh, das können auch die lila Münzen sein. Äh. Alles klingt furchtbar. Lila Münzen. Luigi Mosaic. Okay. Ja, auch so eine Mission hatten wir schon in Mario Galaxy 1. Jetzt ist es halt Luigi. Und das Zeug ist jetzt keine Lava mehr, sondern dieser Sumpf irgendwas. Und das heißt, man verliert nicht nur einen Lebenspunkt, wenn man reinfliegt, sondern man ist instant tot. Also. Ach, und Zeit. Natürlich. Natürlich. Oh, und Zeit. Und diese Viecher auch noch. Also, was wollt ihr noch alles von mir? So. Ich muss immer durch die Mitte. Okay. So. Ich hab nur Angst, dass ich so brennig soweit schaffen sollte. Das ich sehr hoffe. Dass ich am Ende auch irgendwie wieder den Weg zurück muss. Aber hier viel mehr Plattformen verbrauche, so gesehen. Geht auch gut. Das wäre jetzt fast schwierig gegangen. Oh, nö. Ich muss ja... Mhm. Okay. Hier gibt's auch keine normalen Miesen. Die nicht wieder heilen können. Ah, okay. Das geht nicht gut aus. Schade. Ich dachte, ich könnte hier noch irgendwie landen. Äh, ich hab nicht gesehen, dass ich da nicht hinspringen kann. So. Ich glaub, das wird eins der frustrierenden Rimmelwitz. Ich glaub, das wird eins der frustrierenden Rimmelwitz. Oh. Okay. Jetzt hätt ich hier fast Scheiße gebaut. Okay. Und wieder zurück. Sind alle erwischt. Steht. Oh. Steht mir immer nicht auf dem Weg, ja. Und das was wird. Ja, da ist ein L. Aber... Auch schön. Puh. Okay. Dann laufen wir jetzt einfach mal hier eine große Runde. Wobei... Ach, Scheiße. Was mach ich denn hier? Die noch holen. Okay. Hier, hier, hier. Okay. 30 Sekunden. Eigentlich sollte ich das schaffen. 97, 98, 99. Wo ist die letzte, die ich verpasst hab? Die ist da. Und das Ding spawnen dort. Es geht aber noch weiter, oder? Okay. Gute Nachricht. Die Viecher sind tot. Und wir haben Zeit. Jetzt muss ich nur einmal einen guten Sprung hier schaffen. Ein bisschen knapp, weil ich hab ein bisschen zu früh geschüttelt. Muss ich sagen. Ich hätte noch weiterkommen können, aber es hat gereicht. Wunderbar. Okay. Ging schneller als ich dachte dafür. Jo. Okay. Zack. Sterne geschnappt, meine ich. Und diese Galaxie ist schon mal done. Da müssen wir nicht mehr hin. Das ist schön. Dafür können wir hier jetzt aufmachen. Das heißt, das ist nur ein Durchgang oder nochmal ein Level? Das ist nur ein Durchgang. Okay. So. Was ist das? Rainbow Road? Achterbahn-Galaxie mit. Äh. Diese Mauschen. Scheiße. Ach fuck. Das hat mir das vorherige Level ja auch zehnmal besser gefallen als das hier. Naja. Über den Regenbogen. Haha. Verdammt. Macht's ne Stoffen nicht. Ja. Wir müssen uns ja mal durch. Kämpfen. Ein bisschen Regenbogen-Boulevard mäßig. Okay, dann. Let's go. Oh. Ja. Okay. Okay. Aber nicht zu schnell. Ach du Scheiße. Gut. Und die Commitments muss ich auch noch sammeln am Ende. Wo muss ich lang? Ich geh da lang, weil... Weiß ich nicht. Gibt hier zwei Wege. Okay. Ich wollte eigentlich nicht so schnell, aber... Oh. Okay. Gute Nachricht ist, wir wissen schon mal, dass wir da lang müssen, weil die Münze da ist. Aber ich hab ganz knapp die Ecke erwischt. Also vorbei. Ja. Also man hat da gar keine Wahl nicht so schnell zu machen, weil das geht da bergab und dann rast er ja runter. Okay. Okay. Piu. Gut. Okay. So. Nochmal hier. Alles gut. Ich mein, es ist natürlich schon ein bisschen fies, dass man diese zwei Wege zu gehen hat und dass ich an der exakt selben Stelle sterbe wie eben. Erstaunlicherweise. Kein bisschen anders. Ähm. Es ist fies, dass ich natürlich diese beiden Wege habe, aber nicht weiß welcher Weg der ist, den ich eigentlich zu gehen habe, den ich gehen muss praktisch. Aber ich hab direkt rausgekommen. Es war der Schwierigere. Zumindest der, der schwieriger aussieht auf den ersten Blick. Das hab ich mir schon ein bisschen gedacht dann natürlich. Wer ist das dann sein müsste? So. Ich mein, bis hierhin geht ja alles klar. Auch mit den Bomben. So. Die machen ihr Ding. Ich mach mein Ding. Auch dieser Sprung hier gelegt wird wunderbar. Aber ab hier wird's ein bisschen blöd. Aber wenigstens krieg ich mal einen One ab hier. Äh. Ich, ich komm nicht dran vorbei. Glaubt ihr? Ich, ich, ich spür euch ja was vor. Ich komm wirklich nicht an diesem einen Balken vorbei. Der trifft mich jedes Mal. Also, was soll ich machen? Ist ja nicht so, dass ich nicht aus meinen Fehlern lerne. So. Ich meine, gut. Das erste Mal wussten wir uns nicht. Das zweite Mal, dass wir uns verhindern können. Das dritte Mal? Keine Ahnung. Ich versuch schon nicht diesen Balken zu erwischen. Weil dieser, der, der kriegt mich jedes Mal dran. Oh Mann, jetzt stehen die Bomben hier. Wie blöder. Okay. Geht aber. Und der Sprung gelingt auch noch gerade so. So, aber diese Balken hier. Was soll ich hier machen? So, der rollt hier ganz schnell runter. So. Deswegen nach hier, nach da. Ey. Ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Ich komm aber nicht nach rechts. So. Ich dreh die Wiimote auf rechts. Er kann ja nicht mehr machen, außer nach rechts zu gehen. Macht er nicht. Zumindest nicht genug. So. Ich übe das nochmal. Seht ihr? Da geht er nach rechts, da geht er nach links. Okay. Funktioniert. Warum funktioniert es nicht an der Stelle, wo ich da irgendwie diesen einen Balken ausweichen muss? So. Ich renne jetzt 100 Mal gegen den gleichen Balken. Das wird langsam ein bisschen lächerlich irgendwie. Oh, diese Bomben. Oh. Okay. Langsam werden auch die zum Problem. So. Aber. Hm. Oh. Okay. Jetzt bin ich hier komplett verunsichert einmal. So. Hier. Nach rechts. Super. Nach links. Münze gesammelt. Diese verdammte Bombe. Nein. Ich hatte es. Und dann irgendwie kriegt er mich und irgendwie werde ich gerettet und sterbe trotzdem, weil ich versuche mich mit einem Sprung zu retten. Nö. Aber diese Bombe, die war ja wirklich unausweichbar. Ich meine, wir reden jetzt von einer Welt, wo dieser Balken unausweichbar ist. Diese Bombe war ja noch unausweichbarer, hatte ich jetzt den Eindruck. Also ich musste mich von ihr treffen lassen. So. Hätte es eigentlich auch überlebt. Das ist das Miese. Okay. Irgendwie stehen die immer anders, habe ich den Eindruck. Geh. 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 Ich war doch nicht sehr sicher, aber so ein bisschen selbstbewusst. Ja das geht schon weil ich ja schon im Voraus lange voraus schon den Rechts Schwingen mache. Aber trotzdem das reicht nicht. Das Spiel lässt mich da trotzdem bitter sterben. Okay, also Münzen werden mir gar nicht gespeichert, nachdem ich sterbe. Sternteile entgegen schon. Puh, also ich mag diese Münzen echt gar nicht, hier muss ich sagen. So, das hier, dieser verdammte Balkon hier gleich. So, okay. Okay, ich durfte ausweichen. Schön, damit haben wir den ersten Teil geschafft, wo noch ganz viel jetzt kommen wird. Okay, nicht so weit nach rechts, nicht so weit nach links. Oh, jetzt wird es noch schmaler hier. Ach du Scheiße, was für eine Kurve ich hier ziehen muss. Äh, okay, kommen wir rauf. Ein Checkpoint wäre sehr lieb, aber ich glaube, das Spiel gibt mir in diesem Ende gar keinen, oder? Nur noch ein kleines bisschen, ja, ich bin mal gespannt, was ein kleines bisschen bedeuten soll. Tja, das war, war es das? War es das kleine bisschen? Wenn es da zu Ende ist, ist es sehr schade, weil ich kurz vorm Ziel dann gestorben bin. Tja, da sind wir wieder. Ich kann es kaum erwarten, jetzt noch dreimal an dem Balkon zu sterben, bevor wir es nochmal richtig probieren können, das Level. Rassend schnell. Tja, Glück gelaufen. Immerhin kriege ich immer das One-Up. Ne, ich habe schon vorher gesehen, er hat nicht gerollt. Ich habe das Ding nach rechts, aber der reagiert überhaupt nicht darauf. Deswegen, diesmal habe ich es sehen können. Ne, das wird nichts. Letztes Mal war ich überrascht, diesmal war ich so, ja, ich mache, das Spiel muss noch auch irgendwie was machen. Keine Ahnung. Aber ich habe es hier schon angekündigt, dass es passiert. Ah, sterbe ich jetzt schon hier? Nein, 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 komm, komm, komm. Ich darf nicht sterben, bevor ich das One-Up kriege, wenigstens. Ich will kein Game Over passieren. Das wird nur unnötig Zeit kosten. Oh, jetzt sind es schon alle Balken, die wir einmal mitnehmen, okay. Auch gut. So, diesmal, seht ihr, diesmal hat es wieder funktioniert mit dem Ausweichen. Also es ist immer, ja, es liegt irgendwie nicht an mir, habe ich den Eindruck. So, und hier können wir es wieder probieren. Okay, hier eine Scharpfekurve, hier eine Scharpfekurve. Ja, okay, sehr schön. Dann hier rauf. So, aber die Stelle jetzt auch in sich, muss man sagen. Boah, hier bin ich eben verreckt. Ah, tatsächlich, hier ist Ende. Ich bin echt kurz vor dem Ende nochmal gestorben. Also man muss wenigstens sagen, was das Level gut macht. Es ist wirklich nicht allzu lang. Lang ist es nicht, aber es ist doch ärgerlich. Und ich muss gleich noch so einen Kometen hier machen. Also, was kann denn hier ein Komet sein, theoretisch? Ich hoffe, keine lila Münzen. Das wäre echt das Furchtbarste.